Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play Landwirtschaft, Landwirtschaft zum Beispiel. Ah, nicht Landwirtschaft. Mike war weiterhin hier mit Jan. Mein Gott, dass ich so dämlich immer bin manchmal. Ja, wir sind weiterhin hier bei, bauen uns einen Steg und dies und jenes. Es wäre ein bisschen was über Crew 1, also Crew, das neue wissen möchte. Genau, Teil 2. Ich muss die letzte Folge wieder gucken. Weil das Thema haben wir jetzt durchgekaut. Ja, Jan, was sagst du denn zu dem MyCraft, äh, MyCraft sag ich, äh, zu der Xbox One Thema, was denn der Entwickler da? Ja, also auf jeden Fall mega krasse Performance, also hatten die wieder richtig reingeschissen, ja. Also das ist so eine Konsole, da an die Titan X rankommen, das ist echt einfach Wahnsinn, weißt du. Also das ist ja heilige Scheiße, Alter. Äh, ist ja sofort, sofort mein PC schon auf Ebay gesetzt, weißt du, für 3 Euro, weißt du, war mir scheißegal. Vorhin sind die Xbox hier bestellt schon. Ja, warst du mein Statement dazu. Ja, bisschen lächerlich, oder? Äh, naja, bestes Beispiel, PUBG, egal ob das jetzt irgendwie extrem kacke programmiert ist, aber, also umgesetzt wurde, okay. Ja. Das sieht schon ziemlich hart scheiße aus, auf der Konsolen. Ziemlich hart scheiße. Ich finde, das sieht aus wie auf, äh, Playstation 1, oder, äh, so, ja. Ja, so, ja. Ja, also, Leute, ganz ehrlich, genau das gleiche Thema hatte ich vor Jahren, wo ich mich über die Playstation so geäußert habe, weil ich mag dieses Gerede nicht, wenn man seine Konsole schneller schiebt, wie ein PC, zu der heutigen Zeit. Ähm, ja. Und ihr müsst mich auch nicht belehren, oder geschweige irgendwas anderes, aber guckt euch einfach mal eine Titan an, wie groß die ist. Und dann guckt euch mal eine Konsole an. Und dann lasst euch nicht verarschen. Dann erklärt mal, wie das Teil da reinkommt, oder? Richtig. Lasst euch einfach nicht verarschen. Mehr können wir da einfach nicht zu sagen. Klar ist es, äh, Promo und, und, was weiß ich nicht alles. Aber, Leute, dass sie schnell ist, das wissen wir. Und dass sie gut ist, das wissen wir doch auch. Ja. Das will ja gar keiner widerlegen. Und dass sie zwischen einer 1060er und einer 1080er liegt. So kommt immer ganz aufs Spiel drauf an, wie es optimiert ist. Ob es aus dem Microsoft-Haus ist, oder vom Nebenentwickler. Das kann alles sein. Aber hört auf, eure fucking Konsole mit einer Titan zu vergleichen. Oder mit einer 1080er T. Dann hört der Spaß auf. Da hört dann wirklich der Spaß auf. Und da hört dann auch vom Gedanken der Leute, die sich mit dem Computer ein bisschen ausdenken, hört dann auch auf. Hey, ihr lügt euch selber an. Was, was macht ihr? Hier, also, ja, Leute. Dass sie gut ist, das will ich gar nicht widerlegen. Und dass sie schnell ist und dass ich selbst sage, ey, für 500 Euro kriegst du die und die Leistung. Leute, das ist gut. Das ist Power. Das muss man, ja, so kann man es ja wirklich sagen, Jan. Oh, Schnäppchen. Ja, das ist ein Schnäppchen und, äh, wenn man überlegt, wenn du beim Computer auf dem Stand bleiben willst, musst du jedes Jahr, ja, 500 bis 1000 Euro ausgeben. Ja. Jedes Jahr. Und, äh, bei der Konsole gibst du jetzt 500 Euro aus. Alter, hast 4K. Klar wird das immer wieder ein bisschen runtergerendert und bla und sylz, Leute. Aber das ist trotzdem beeindruckend und das muss man einfach sagen, ähm, oh, wir müssen aber zacki, zacki pennen. Alter, wir waren doch eben gerade schlafen. Was? Liegst du schon? Ja. Äh, oh, ich schaff's nicht. Nein. So. Ey, ist auf jeden Fall, ja, lasst es einfach, bitte. Ihr tut euch doch da selber kein Gefallen mit. Meiner Meinung tun die sich da kein Gefallen mit. Äh, ja. So, ich glaube, Leute, so sieht das ganz gut aus, wenn wir hier so eine kleine Treppe drin haben. Jetzt könnten wir in dem Sinne das hier ein bisschen abtragen, dass wir hier eine gerade Fläche bekommen. Auf diese Höhe dann in dem Sinne. Also so. Kann der Jan ja gleich mal gucken, was er davon hält. Riemen Holz. Weil das hier hinten ist ja so sein Rahmen eigentlich. Und hier müsste dann später eine Treppe hin. Dann würde das schon gut klappen, Leute. Ja, also ich, ich kann's nicht nachvollziehen. Ich muss es euch ganz ehrlich betonen, dass Microsoft sich jetzt auch auf diese Ebene abgibt in dem Sinne. Und gerade dann auch noch mit solchen Grafikkarten, weißt du, die wirklich alles rasieren zur Zeit auf dem Markt. Äh, ja. Klar, Promo, Promo. Es sollen so viele Leute wie möglich Weihnachten eine Xbox One X bekommen. Komm, 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 komm. Ist ja vom Prinzip logisch. Und kann ich auch nachvollziehen. Aber, ah, wenn er gesagt hätte, hey, wir liegen bei einer 1070er oder so, dann hätte ich noch gesagt, hey, ja, er hat ein bisschen übertrieben. Aber ist schon okay, weißt du so. Kann man machen. Kann man machen. Aber sich mit einer 1000, mit einer Titan zu vergleichen. Ist schon ein bisschen hart. Ist schon ein bisschen hart. Also, die Konsole ist gut. Die Konsole hat Leistung. Und das wollen wir alles gar nicht beurteilen oder negativ nachstellen. Aber, ja. Ich verstehe sie nicht. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und für mich ist das immer so ein absolutes No-Go. Einfach. Kann jeder halten, was er will von. Aber, ja. Was natürlich auch ein Vorteil ist. Und das muss man auch mal sagen. Wenn Konsolen immer stärker werden. Und das passiert ja gerade. Da müsste auch ein bisschen der Grafikkartenmarkt die Preise ein bisschen sinken. Wenn wir denn nicht diese scheiß Mining hätten. Was halt wirklich so ein Megaproblem auf der Grafikkartenmarkt ja gerade darstellt. Ja. Aber da sind wir einfach mal gespannt, was die nächste Zeit mit sich bringt. Wenn für mich jemand fragt. Hey, was würdest du mir zu Weihnachten empfehlen? Ich will Geld ausgeben. Leute. Eigentlich darf man eigentlich darf man zur Zeit gar nichts kaufen an Grafikkarten. Das muss man jetzt auch mal klipp und klar sagen. Weil der Markt, also die Grafikkarten sind teurer, wie der Hersteller sie anpriest. Also, was weiß ich. Ich sag jetzt, ich schmeiß jetzt einfach eine Zahl in den Raum. Wir sagen jetzt einfach mal, 400 Euro soll die Grafikkarte XY kosten. Diese Grafikkarte kostet dann aber im Einzelhandel 560. Ja. So, und aus dem Grund ist es ja eigentlich nicht wert, eine Grafikkarte zu kaufen. So. Ja. Das ist halt zur Zeit so ein Hauptproblem. Aber ich glaube, wenn man einigermaßen günstig fahren will, dann sollte man sich Minimum eine 1060er kaufen. Mit 6 GB VRAM. Nicht 3 GB VRAM, Leute. Niemals 3 GB VRAM. Niemals. Wenn man auf ein etwas höheres Niveau spielen möchte, dann kann man sich eine 1070 kaufen oder 1070 TI. Da streiten sich die Hühner drüber. Oder eine Vega 56 heißt sie, ne? Ja, genau. Vega 56. Äh, ja. Das ist diese höhere Niveau-Klasse. Wenn man dann das aussortieren möchte mit Preis, Leistung und Nebenkosten, darf man sich keine Vega-Grafikkarte kaufen. Weil die Vega-Grafikkarten einfach zu viel Strom nehmen, Leute. Und mehr braucht man eigentlich dazu nicht sagen. Wenn dann einer sagt, ich rede scheiße oder so, dann guckt euch mal euren Stromverbrauch an. Ich kann fast 2 1070 reinmachen für denselben Stromverbrauch wie eine Vega. Also, ich glaube, Strom ist ja heute eh ein großes Thema bei den Leuten, die ein PC besitzen, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Für mich ist der Stromverbrauch ein relatives Nebenaspekt, der für mich keine Rolle spielt. Weil Punkt 1, dann darf ich nicht zocken. Ganz einfach, Leute, weil, äh, dann muss ich auf eine Konsole geben. Will ich weniger nehmen, Kosten etc. bla bla haben, muss ich eine Konsole nehmen. Weil, äh, ja, also ich liege schon bei über 100 Watt im Idle. Also, ich weiß nicht, was die Leute immer denken. Leistung gibt's kostenlos, Jan. Okay. Oh, wir haben Wasser hier im Dock schon. Hier unten. Soll ich das lieber zumachen hier unten? Oh, brauchst du nicht. Ich mach mal zu. Warum kommt das immer noch? Hallo, ich hab dich geschlossen. Ah. Hallo? Ich glaube, es sieht aus wie eine unendliche Quelle. Pause zu. Ja, ich bin gerade dabei. Ne, jetzt hab ich's. Äh, und. Werner, komm. Ja. Und. Äh. Ja, ein Krampfarbeit. So. Haben wir. Ja. Also, wenn ihr irgendwas kaufen möchtet zur Zeit. Also, wenn man preis-leistungstechnisch, glaube ich, da rangeht. Dann muss man ganz ehrlich sagen, muss man sich wirklich eine... Also, preis-leistungstechnisch. Wenn man das Mining in dem Sinne zur Zeit dieses Problem darstellt, dann dürfte man sich von einem Preis her zur Zeit höchstens eine 10,60 kaufen. Möchte man aber auf WQHD spielen, wie zum Beispiel auch meine Videos sind, wo ich 2K hinschreibe, wo ich schon für geflamed werde, dass es kein 2K ist? Oh, hallo Enderman. Bist du wieder da? Ich hab dich angeguckt. Hier bin ich. Du musst den Jan in Ruhe lassen. Ich guck dich an, Enderman. Bam, Junge. Wo bist du? Wo bist du? Da. Bam, Junge. Ah, du bist so laut, du Vieh. Ah, du bist so laut. Ich glaube, er ist... Ja, er ist gestorben. Ich hab's gehört. Ich glaube, im Schiff. Ne, da ist er wieder. Da kommt er. Hab ich dich nicht getroffen, Katze. Hier bin ich. Alter. Zack, Junge. Hab ich dich getroffen. Komm zu, Papa. Enderman. Hallo. Papa lebt hier. Hier bin ich. Hallo. Hallo, Enderman. Okay, er ist weg. Ähm. Ja, dann, ich glaube, dann darf man sich zur Zeit wirklich nur eine 1060 kaufen, oder? Ja, aber willst du WQHD spielen oder willst du 4K spielen? Ja, dann musst du schon viel höher greifen wieder, ne? Das ist halt wirklich zur Zeit so ein springender Punkt. Und wenn man dann sieht, in manchen Spielen ist eine 1070er in Full HD ja auch am Limit, ne? Es ist so, ja, aber dazu haben wir uns ja schon ein paar Mal geäußert, dass das nicht an den Grafikkartenherstellern liegt, sondern in unseren Augen an den Spieleentwicklern, weil es gibt jetzt 8 GB VRAM standardmäßig. Ja, die nutzen wir dann auch. Boom, fertig. Ja. 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 Es ist dann auch immer so ein springender Punkt. Das sieht doch schon mal viel besser aus, als wenn wir das wirklich hier so ein bisschen ausholen hier und hier ein bisschen Wiese ist, dann können wir hier wieder unseren Weg langziehen. Und die Laternen setzen und dann kann man hier wieder noch ein paar Sachen bauen, weil wir sind ja noch lange nicht. Wir müssen auf jeden Fall diesmal ein bisschen früher schlafen gehen. Ähm. Ein wenig. Ja, und CPUs, Leute, da halte ich mich sowieso ganz bei raus, wenn mich da jemand fragt, weil CPUs ist wirklich ein Punkt, wo man sich ein bisschen drüber streiten kann, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wenn es um reine Gaming-Performance geht, muss man ganz ehrlich sagen, würde ich immer Intel kaufen. Aber gut. Ich liege. Höch. Ja, hat funktioniert. Also zum guten Abschluss seid ihr Gamer, 1060er, 1070er, 1080er und so weiter. Also höher gibt es eigentlich keine Devisen. Wer ein bisschen auf Strom kacken will und kriegt zum Beispiel eine Vega 56, ziemlich billig. Kann man ja so sagen, Jan, ne? Was weiß ich hier irgendwie, dass die gerade gut im Angebot sind oder so. Kann man sich die auch kaufen, weil die liegt bei einer 1070er in der Performance-Klasse und auch von der Preis-Leistung her. Es kommt immer ganz auf die Spiele drauf an. Und so ist es bei Nividia in dem Sinne auch, Leute. Mal ist die vorne, mal ist die vorne. Darüber gibt es kein Performance-Plus. Und wenn einer sagt, HBM 2 hast du aber da, dadurch hast du Vorteile. Leute, wenn man sich das anguckt, hat man keine Vorteile durch den DDRAM 5X. Der auf der TI in dem Sinne ja vorhanden ist. Ja, man muss das immer so ein bisschen auswiegen, was man gerne möchte. Und wie man preislich zur Zeit die Grafikkarten kriegt. Früher war der Preis immer stabil und man hat zum Beispiel nach einem Jahr gesagt, jetzt fällt der Preis. Leute, jetzt müsst ihr die Grafikkarten kaufen. Äh, ja, um, dass sie nochmal ihre Produkte loswerden. Und dann hat man die Kinderkrankheiten nicht mehr und dies und jenes. Aber, seit dem Mining-Scheiß, äh, gibt es das nicht mehr. Ja, wir sitzen wirklich auf einem, wie kann man das ausdrücken, auf einem Preis fest. Und der sitzt und sitzt und sitzt und sitzt. Ja, für Verbraucher eine absolute Katastrophe gerade. Und, dass sich darüber die Leute aufregen, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. So. Und niemals, weil wir das heute gelesen haben, Jan, kauft euch niemals eine 1050er. Tut es nicht, wenn ihr Gamer seid. Nur mal so zur Info. Das Ding macht euch nur Kummer und, äh, Laufwams und was weiß ich nicht alles. Also für mich ist immer diese Devise, kauft euch immer eine 7er bei Nividia-Reihe. Also hinten die 7, dann fahrt ihr eigentlich in den Spielen immer ziemlich gut. Äh, das muss man auch klipp und klar sagen. Also für mich ist immer so dieses 7er immer dieses absolute, kann man das sagen, Jan? Gute Gaming-Performance. Ja, so kann man das ausdrücken, ne? So. Und alles, was dann da drüber ist, sollte man sich dann eine 1080er kaufen. Und, äh, damit ist eigentlich das Wort dann auch gesagt. Und dann könnt ihr euch noch die Vega dazu suchen. In dem Sinne. Und dann ist aber auch das Maß gestrichen voll. Und denkt daran, Leute, achtet auf die Preise. Weil zur Zeit sind die Preise... ...nicht schön. Ganz klar. Preise sind eine absolute Katastrophe. Gut. Damit sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Und, wie gesagt, wie wir das schon ein paar Mal gesagt haben, möchtet ihr, dass wir mal über ein Thema reden, was es da so gibt? Ich werde gleich über ein, ähm, übermorgen werdet ihr dann die Netz-Nortalität. Werde ich mich mal drüber unterhalten, was da gerade in Amerika passiert ist und ob wir das hier in Deutschland, wenn das passieren würde, was dann uns passieren könnte. Ja. Wer das interessiert, schaltet in zwei Tagen wieder ein. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Und, wie gesagt, ihr könnt auch mal Themen schreiben, was euch interessiert. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, äh, was weiß ich, ich möchte mir gerne einen Computer kaufen. Dann könnt ihr auch reinschreiben zum Beispiel, äh, die und die Komponenten. Und dann werden wir das dann durchkauen. Und vielleicht einen kleinen Verbesserungsvorschlag reinmachen. Oder vielleicht auch, wie ihr Geld sparen könnt. Ja, vielleicht haben wir dann was, was wir sagen, hey, das könnt ihr reinbauen. Das kostet 50 Euro weniger und ihr spart dabei Geld und habt trotzdem die gleiche Leistung. Nur mal so zur Info. Ja, also das gibt es ja auch viele, dass viele denken, ich muss diesen RAM nehmen, weil dieser RAM unbedingt der bessere ist oder was weiß ich. Oder weil das irgendjemand euch, äh, erzählt hat. Ne? So. Damit sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Äh, bis übermorgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.